Für eine Zeit bewusst verzichten. Darum geht es in der Fastenzeit. Alle großen Religionen kennen das Fasten, egal ob Judentum, Islam, Hinduismus oder Buddhismus. Im Christentum beginnt am Aschermittwoch eine 40-tägige Fastenzeit bis Ostern. Die Sonntage werden nicht mitgezählt. Dass es 40 Tage sind, hat einen biblischen Hintergrund. Denn so lange fastete Jesus laut Überlieferung in der Wüste, bevor der Teufel versucht hat, ihn zu überlisten. Evangelische Christen nennen die 40 Tage auch Passionszeit und erinnern damit an das Leiden Jesu vor seinem Tod. Traditionell wird beim Fasten aufs Essen verzichtet. Das kann heißen, dass Fastende für einen begrenzten Zeitraum auf bestimmte Speisen und Lebensmittel, beispielsweise Fleisch oder Süßes verzichten, auf einen Teil ihrer Nahrung verzichten oder auf Nahrung überhaupt verzichten. Wer mit dem Fasten beginnt, kann sich erst etwas unwohl fühlen. Wenn der Körper sich aber an die Enthaltsamkeit gewöhnt und den Stoffwechsel angepasst hat, steigt die Stimmung. Überzeugte Fastende sprechen dann oft von einem Fasten-High. Oft wird beim Fasten aber auch gar nicht mehr aufs Essen verzichtet. Für viele stehen auch Smartphone, Autofahren oder Zigaretten und Alkohol auf der Fastenliste. Das Ziel ist eben nicht, am Ende weniger Kilos auf die Waage zu bringen, sondern durch bewusstes Verzichten sich selbst und seinem Glauben näher zu kommen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020